Erwarte euer Kommando. Befehl verstanden. Marschbefehl. Augen offen halten. Zu Diensten. Auf geht's. Schon dabei. Hier können wir das abwarten. Neue Fähigkeit verfügbar. Wir können dann bald nochmal fünf Paladine ausbilden. Und wer kriegt Nahrung rein? Ein Hirnstecher. Oh. Es kommen wirklich die stärkeren Units. Gebäude wurde errichtet. Ihr könnt mir mal einen Hundezwinger hier errichten. Gehen wir es an. Einsatzbereit. Alles klar. Okay, der Hirnstecher ist immun. Bleibt standhaft. Bleibt standhaft. Okay, jetzt diesmal nicht. Diesmal hat er den Gönnchen schon draufgekriegt. Gut. Verfügt über mich. Auf geht's. Hier bin ich. Bin unterwegs. Was ich da trotzdem errichten sollte, wäre eine Aria-Hand. Wird sofort erledigt. Soll ich dann auch hier welche errichten? Heilung hilft immer. Bereit für den Kampf. Bin unterwegs. Zeit zu sterben. Bereit für den Kaffen halten. Marschbefehl. So, die Runde. Einsatzbereit. Weil wirklich, wenn wirklich nur so kleinere Angriffe kommen, dann können wir... Ja, irgendwann müssen wir dann unsere Holzfäller hierher verlagern, wenn die Oase hier leer ist. Gebäude wurde errichtet. Ärmel hoch und los. Verfügt über mich. Haben wir verstanden. Okay, ihr zwei geht mal hier eine weiße Hand errichten. Ach ja, was wir noch errichten müssen, natürlich, ist das große Haupthaus irgendwo hier unten. Ah, ja. Erwarte euer Kommando. Gebiet sichern. Einsatzbereit. So, nochmal fünf Paladin und dann sollte ich mal gucken, dass ich auch Scharfschützen ausbilde. Ja? Und für diesen Zweck entfremde ich mal kurz unsere Steinmetze, weil Stein haben wir gerade genug. Was wünscht ihr? Dort entlang. Äh, Schießstand. Gehen wir ruhig. Gehen wir es an! Gehen wir es an! Herr der Ruhne? Herr der Ruhne? Habe verstanden! Geht mal da weg, vielleicht können wir das enger bauen. Also ich dich dann noch rausnehme. An die Arbeit! Echt, äh, echt irgendwie irritierend, dass es da oben so ruhig ist. Bin unterwegs. Habe verstanden. Geht mal da weg, bitte. Geht mal da weg. Geht mal da weg. Gebt das Zeichen! Okay, ich find's allgemein schön, dass es jetzt so ruhig geworden ist, aber... An die Arbeit! Neue Fähigkeit verfügbar. Erwarte Befehle. Befehle verstanden. Augen offen halten. Okay, der hat sich einfach töten lassen. Auch gut. Oh, von hier kommt jetzt, glaub ich, ein Angriff. Also mal ein richtiger Angriff. Ärmel hoch und los! Mhm. Ich seh Truppen. Gebt das Zeichen. Jawohl! Erwarte Befehle. Gebäude wurde errichtet. Herr der Ruhne? Gebäude wurde errichtet. Gehen wir es an! Erwarte euer Kommando. Okay, und die ist fallen schon? Sie schlagen zu! Bleibt standhaft! Gut. Wir brauchen aber trotzdem noch ein bisschen Verteidigung hier. Ärmel hoch und los! Weil da kommt schon die nächste Welle. Gebäude wurde errichtet. Herr der Rune? Gehen wir es an! Vorsicht! Sie sind hier! Erwarte Befehle. Bereit für den Kampf! Gebiet sichern! Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Erwarte euer Kommando! Bin unterwegs! Das wird übel werden. Jawohl! Erwarte Befehle. Befehle verstanden! Alles klar! Verstärkt die Verteidigung! Einsatzbereit! Bereit für den Kampf! Augen offen halten! Feindkontakt! Erwarte euer Kommando! Marschbefehl! Ihr nach da hinten bitte! Bleibt standhaft! Bleibt standhaft! Gebiet sichern! Jawohl! Alles klar! Vorsicht! Sie sind hier! Bereit für den Kampf! Augen offen halten! Bin unterwegs! Feindkontakt! Vorsicht! Sie sind hier! Herr der Ruhne? Auf geht's! Verfügt über mich! Schon dabei! Okay, wir brauchen da oben auch mehr Verteidigung, definitiv! Jawohl! Erwarte Befehle! Marschbefehl! Lupp! Augen offen halten! Augen offen halten! Also wenn die Türme hier fertig sind, werden wir hier oben noch ein paar errichten! Zwei wenigstens! Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich als erstes hier oben die loswerde! Dann kann ich mich auch danach um die Spinnen da oben kümmern! Gebäude wurde errichtet! Erwarte euer Kommando! Erwarte euer Kommando! Bereit für den Kampf! Einsatzbereit! Alles klar! Gebt das Zeichen! Befehl verstanden! War aber irgendwie klar, dass schnell Vergeltung kommt! Erwarte euer Kommando! Marschbefehl! Das andere Problem, was ich jetzt glaube ich habe... Ja, mir geht's Eisen aus! Das heißt, es darf jetzt nicht mehr zu verlustreich werden! Sonst werde ich hier irgendwann zurückgedrängt von allen Seiten! An die Arbeit!